Jo, hallo Tag auch! Von mir aus hier! Und schöne Grüße an die Grete zu Hause! Aber nicht an meinen Arzt, nee, der mit dem Ding, dass er mich reinstecken tun wollte. Zur Darmkrebsvorsorge, hat er gesagt. Aber nicht mit mir, das tut auch weh. Und so eitel ist mein Darm denn ja auch nicht, dass der gespiegelt werden will. Ich meine, jetzt mal im Ernst, wenn es um Darmkrebs geht, da hört bei mir der Spaß auf. Ich gehe zur Vorsorge. Das tut nicht weh und danach habe ich zehn Jahre meine Ruhe. Ja, wenn das so ist, dann gehe ich da auch hin!